Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Champions-Friendly. Heute steht der FC Arsenal auf dem Zettel. Auf Lewandowski, der ist schön auf Comor, der hat richtig Platz. Guter Ball in die Mitte auf Müller und dann ist es Elfmeter. Der Torhüter zeigt ihm eine Ecke an, wo kann er hin, läuft an, schießt unten rechts und mit voller Wucht rein das Ding. 1 zu 0, da kommt der Ball rein und Christopher erstmal lang und weit raus das Ding. Perisic, guter Ball und dann mit der Zehenspitze, auch selber gut ausspielen kann, vielleicht sogar jetzt schon. Oh, und da ist er drin. Perisic, der mit dem Chip in die Mitte. Und Gnabry per Kopf ans Aluminium.